Bist du YouTuber, Streamer oder Influencer und möchtest gerne deinen eigenen Merch auf den Markt bringen, dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig, denn ich werde dir mit diesem Video eine Schritt-für-Schritt-Einleitung geben, welche Seite ich dir dafür empfehlen würde und bis zu dem Punkt, wie man ein Design hochladet, werde ich dich in diesem Video begleiten. Let's go! Die Seite, auf der wir unseren Merch für unsere Community anbieten können, nennt sich Teespring. Die packe ich euch natürlich mal unten in die Beschreibung rein und auf dieser Seite gibt es jetzt natürlich ein paar wichtige Dinge zu beachten. Wenn ich jetzt gerade mal hier auf diese Seite draufgehe, die ich euch natürlich auch mal unten reinpacke, dann seht ihr hier ganz genau, wie denn hier Teespring funktioniert. Im Endeffekt wirklich sehr einfach zu erklären, ihr habt auf dieser Plattform viele verschiedene Produkte, also um genauer zu sein, habt ihr hier 50 verschiedene Produkte, das sind Hähnehüllen, das sind T-Shirts, Pullover und so weiter und so fort. Und auf diese ganzen Produkte könnt ihr euer Design draufbringen und Teespring erledigt dann den ganzen Rest. Das heißt im Klartext, ihr müsst einfach nur euer Design hochladen und Teespring übernimmt dann den ganzen Rest. Das bedeutet, sie erstellen das Produkt für euch, sie schicken das Produkt an den Kunden und sie schreiben natürlich auch selbstständig die Rechnung. Und das Beste daran ist, Teespring ist absolut kostenlos. Nun werden sich aber viele Leute die Frage stellen, wie verdient dann Teespring hinter mir? Das ist folgendermaßen hier zu verstehen. Wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, dann seht ihr auch schon, wie hier diese Einnahmen zusammengesetzt werden. Weil Teespring möchte natürlich auch einen Teil von euch haben, daher sie halt wirklich das Produkt erstellen. Sie schreiben die Rechnung, sie schicken das an den Kunden. Anhand einer kleinen Beispielrechnung kann man das auch hier ganz gut erkennen. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter runter scrolle, gibt es hier auch noch ein kleines FAQ. Also hier werden wirklich so die meistgestellten Fragen gestellt. Und da könnt ihr euch natürlich auch nochmal ein kleines bisschen informieren, falls die ein oder andere Frage auftreten sollte. Soweit, so gut. Das sind zumindest mal so die wichtigsten Punkte, die ihr hier zu wissen müsst. Und wenn wir jetzt auf Teespring zurückgehen, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, wenn ich hier auf Start Creating draufklicke in der Mitte, dass ich jetzt hier mein eigenes Konto anlegen kann. Und ich persönlich würde immer bevorzugen, hier unten mich mit einem vorhandenen Google-Konto anzumelden. Habt ihr das soweit getan? Sieht das bei euch hier folgendermaßen aus. Ihr müsst jetzt eure E-Mail-Adresse verifizieren. Das steht auch hier oben nochmal. Das heißt, ich gehe gerade mal rüber auf meine E-Mail-Adresse, klicke dort auf diesen Link drauf, den mir Teespring gesendet hat. Müsst ihr vielleicht eventuell mal in dem Spam-Ordner schauen, falls ihr dort nichts finden solltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So sieht das Ganze in diesem Fall aus. Jetzt klicke ich hier auf Verify E-Mail drauf und schon habe ich auch meine E-Mail-Adresse verifiziert. In meinem Fall ist das jetzt hier nicht direkt angekommen. Und falls das bei euch auch der Fall sein sollte, dann könnt ihr hier auf Teespring zurückgehen, oben rechts einmal auf Resend draufklicken. Und dann solltet ihr auch schon direkt innerhalb von einer Sekunde diese E-Mail bekommen. Ja, und wenn ihr das dann soweit erledigt habt, dann können wir auch schon oben links auf Create Product draufklicken, um ein neues Produkt zu erstellen. Ich könnte jetzt hier mit dem Bestseller starten. Das ist in diesem Fall ein T-Shirt. Also ich kann euch gleich sagen, als Print-on-Demand-Experte in Anführungsstrichen, dass wirklich T-Shirts am besten sich verkaufen. In meinem Fall würde ich jetzt einfach mal hier unten links auf Bross All Products draufklicken, um mir weitere Produkte anzuschauen. So, und wie ich sehe, gibt es jetzt hier ein T-Shirt, es gibt hier ein Hoodie, es gibt hier gewisse Tassen, Mützen. Und je nachdem, für was ich mich entscheide, kann ich dann das Produkt auswählen. Vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, hier unten links sehe ich immer die jeweiligen Farben, die hierfür zur Verfügung stehen. Also wenn ich jetzt als Beispiel ein schwarzes oder dunkles Design habe und diese Cappy hier auswähle, wo hier wirklich nur dunkle Farben zur Auswahl sind, wird es natürlich ein bisschen schwierig, das Design auf dieser Mütze zu erkennen. Und kurz am Rande erwähnt, falls ihr jetzt noch kein eigenes T-Shirt-Design haben solltet, dann würde ich euch empfehlen, geht einfach mal auf die Seite von Fiber drauf. Und dort könnt ihr einen Freelancer finden, der für euch so ein Design für richtig günstiges Geld erstellt. Und auf dieser Seite kann ich jetzt nach einem sogenannten Mascot-Logo-Designer suchen. Und wie ihr seht, gibt es hier zum Teil Leute, die verkaufen euch ein Logo-Design für gerade mal 5 oder 10 Euro. Und das sieht auch wirklich schon sehr, sehr gut aus. Das heißt, ich kann mich auf dieser Seite völlig kostenlos anmelden, um dann hier mit einem Designer zu schreiben. Ihr seht, hier sind zum Beispiel zwei Designer, aktuell sogar online. Das kann ich oben rechts an dem grünen Punkt erkennen. Ich schreibe mit dem hin und her, habe dann innerhalb von zwei bis drei Tagen mein Logo. Wichtig hierbei zu wissen, sagt dem Designer bitte, ihr braucht dieses Logo als PNG-Datei mit einem transparenten Hintergrund, damit ihr das Ganze natürlich auch hier auf diese jeweiligen Produkte draufbringen könnt. Und solltet ihr ein eigenes Logo haben als JPEG-Datei, dann wird das so sein, dass ihr einen weißen Hintergrund habt. Und wenn ihr dann dieses Logo nehmt und auf der Plattform hochladet, werdet ihr feststellen, dass das Logo keinen transparenten Hintergrund hat. Und hierbei könnte ich jetzt entweder mir die kostenlose Software GIMP runterladen und mir ein Tutorial im Internet raussuchen, wie man denn dort diesen Hintergrund entfernen kann. Oder ihr könnt natürlich auch Photoshop nutzen, was deutlich einfacher geht. Aber Photoshop kostet auch monatlich etwas deswegen, falls ihr keinen Photoshop besitzen solltet. Dann ladet euch GIMP runter, sucht euch ein Tutorial, wie das Ganze geht. Und dann könnt ihr diesen Hintergrund ganz easy entfernen. Und wichtig, wie wir schon gelernt haben, das Ganze bitte als PNG-Datei exportieren. Cyber werde ich euch natürlich auch mal unten in die Beschreibung reinpacken. Auf jeden Fall zurück zu der Seite Teespring und hier würde ich mir jetzt einfach mal zum Beispiel ein T-Shirt aussuchen. Da klicke ich jetzt einmal drauf und nun habe ich hier die Möglichkeit, einen Text oder ein Bild hinzuzufügen. Und in meinem Fall würde ich jetzt natürlich hier das Bild einmal hochladen und das ist jetzt hier auf meinem Desktop. Hier habe ich schon so ein kleines Beispiel vorbereitet. Das ist in meinem Fall hier diese PNG-Datei. Die kann ich mit einem Doppelklick einmal öffnen und wie ihr seht, habe ich jetzt hier dieses Icon auf meinem T-Shirt. Das T-Shirt sehe ich jetzt nicht wegen dem weißen Hintergrund, deswegen würde ich einfach mal eine andere Farbe bevorzugen und schon sehe ich jetzt hier mein Logo-Design. Und dieses Logo-Design ist jetzt etwas klein geraten, aber ich kann das unten rechts an diesem Eckpunkt etwas größer aufziehen. Und sehr, sehr wichtig hierbei zu wissen, ihr müsst in diesem Rahmen hier bleiben, also dieser karierte Rahmen hier außen, da müsst ihr euer Logo drinnen platzieren. Also bitte nicht das Ganze rausziehen, weil wie ihr seht, wird das sonst hier abgeschnitten. Könnte man aber vielleicht auch, wie man sehen kann, den einen oder anderen coolen Effekt damit erzeugen. Genau, das haben wir dann soweit geklärt. Dann links auf der Seite bei der Produktfarbe kann ich jetzt hier viele verschiedene Farben auswählen, die ich meinen Kunden anbieten möchte. Mein Tipp hierbei, wählt einfach so viele wie nur möglich aus, die aber natürlich auch Sinn machen. Also hier zum Beispiel jetzt die Farbe Grau auszuwählen mit so einem grauen Design, macht natürlich eher weniger Sinn. Deswegen einfach mal hier alle Farben auswählen, die wirklich auch sich von diesem Design abheben. Habt ihr das soweit getan? Dann geht es weiter mit dem Preis und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute von euch aus Europa kommen werden. Und genau aus diesem Grund wählen wir natürlich hier das EU-Zeichen aus und geben mich hier an, für wie viel Geld wir unser T-Shirt verkaufen möchten. Rechts daneben seht ihr dann, wie viel Profit ihr bekommt. Also würde ich das T-Shirt jetzt für 36 Euro verkaufen, hätte ich dann einen Gewinn von 12,07 Euro. Gehen wir jetzt einfach mal auf einen normalen Preis von, würde einfach mal sagen 20 Euro. Hätte ich jetzt in diesem Fall tatsächlich keinen Profit. Wenn ich jetzt hier auf 24,99 gehe, würde das Ganze auch nicht funktionieren. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, warum das so ist, was liegt, nehme ich an dem Produkt. Ich kann hier nämlich, wenn ich nochmal zurückgehe, mir ein anderes Produkt auswählen, unter dem Reiter Create Product. Da finde ich dann hier oben in der Suche, wenn ich einmal T-Shirt eintrage, ganz viele verschiedene Produkte. Und wenn wir uns ein Classic T-Shirt aussuchen, ist das natürlich von der Herstellung nicht so teuer, wie zum Beispiel hier unten ein Premium T-Shirt. Und das können wir auch herausfinden, wenn ich da einmal draufklicke. Seht ihr das auch schon hier an dem Preis. Also hier 21,99 Euro. Das hat dann natürlich keine so gute Qualität, beziehungsweise besteht aus einem guten Material. Aber dafür könnt ihr eurer Community einen besseren Preis anbieten. Wenn ich jetzt zurückgehe und hier zum Beispiel das Premium T-Shirt auswähle, dann seht ihr schon, okay, das war tatsächlich vorhin das Premium T-Shirt, was wir ausgewählt hatten. Und hier kann ich natürlich nicht das Ganze für 19,99 anbieten, denn das leere T-Shirt an sich kostet schon mehr wie diese 20 Euro. Das wollte ich euch nun mal kurz gezeigt haben. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ihr hier nur so hochpreisige T-Shirts verkaufen könnt. Ich würde jetzt einfach mal hier dieses T-Shirt bevorzugen. So, hier natürlich nicht vergessen, wieder EU auszuwählen, 19,99 reinzuschreiben als Beispiel. Und auch ganz, ganz wichtig zu wissen, ihr seht, hier habe ich jetzt die Fehlermeldung Higher Resolution Artwork Required. Und das liegt nämlich daran, dass ich hier ein Icon hochgeladen habe und dieses Icon ist sehr, sehr klein von der Auflösung. Das ist gerade mal 512 auf 512 Pixel. Und ihr solltet natürlich auch darauf achten, dass ihr eine hochauflösende Grafik verwendet, weil sonst wird die Druckqualität am Ende des Tages nicht gut aussehen. Und wichtig hierbei auch zu wissen, falls ihr wirklich so ein Design selber erstellen möchtet, um das auf der Plattform hochzuladen, müsst ihr in dem CMYK Farbraum das Ganze machen. Und auch sehr, sehr wichtig, mit 300 dpi. Wenn ihr das nicht so machen solltet, dann kann es von den Farben einen Unterschied geben, beziehungsweise eure Druckqualität wird dann nicht so gut aussehen. Also das sollt ihr dem Freelancer auf jeden Fall auch mitteilen. Zum ersten hoch aufgelöst, zum zweiten als PNG Datei mit transparentem Hintergrund, zum dritten CMYK Farbraum und zum vierten eine 300 dpi Datei. Und mit genau diesen vier Punkten seid ihr dann auch schon good to go und eurer Druckqualität kann nichts im Wege stehen. Genau und ihr könnt natürlich auch noch nachträglich hergehen, würde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht empfehlen. Und hier unter dem Reiter Add Text noch Text hinzufügen, also ich kann da drauf gehen, wie man sieht, Doppelklick drauf machen und hier noch etwas reinschreiben. Aber ich würde euch empfehlen, macht das wirklich mit Photoshop oder Gimp. Das sieht auf jeden Fall nachträglich nochmal deutlich, deutlich besser aus. Ja und wenn ihr dann hier soweit fertig seid, geht ihr unten links auf Continue drauf. Und im nächsten Schritt können wir jetzt hier noch ein paar mehr Produkte hinzufügen. Also bis zu maximal 15 Produkte können wir jetzt hier noch hinzufügen mit dem gleichen Design. Hierzu muss ich jetzt einfach durchscrollen und könnte sagen, okay zum Beispiel hier, diese Tasse würde ich bevorzugen. Klicke da einmal drauf und schon wurde diese auf der linken Seite hinzugefügt. Ihr seht, ich habe jetzt hier einen Preis von 16,99 Dollar und einen Profit von 6,46 Dollar und wenn ich sage, okay der Preis gefällt mir nicht, den möchte ich gerne noch anpassen, klicke ich hier auf Edit drauf und habe jetzt hier die Möglichkeit einen anderen Preis festzulegen. Hier natürlich auch wichtig wieder EU auszuwählen. Natürlich einmal hier die Farben, in der ihr die Tasse anbieten möchtet. Die sich natürlich auch vom Logo abheben und wenn ihr dann soweit zufrieden seid, klickt ihr auf Continue drauf und könnt auch schon hier mit den anderen Produkten weitermachen. Ich wäre jetzt aber hier soweit zufrieden mit diesen beiden Produkten, klicke unten links auf Continue drauf und im nächsten Schritt muss ich jetzt hier einen Titel und eine Beschreibung festlegen. Da könnt ihr zum Beispiel euer Kanalname stehen und dahinter Design oder ich kann das natürlich auch spezifizieren. Das bedeutet, ich schreibe hier rein Alien Design und als Beschreibung kann ich dann sowas schreiben, wie zum Beispiel ein Alien Design. Punkt. Habt ihr das auch soweit erledigt, dann könnt ihr unten links auf Launch Listing draufklicken und schon habt ihr euer Produkt veröffentlicht. So und das Tolle daran ist, ich kann jetzt hier auch noch einen gewissen Code verwenden, also ich könnte jetzt hier was eigenes reinschreiben, wie zum Beispiel Code 42 und rechts auf der Seite könnte ich jetzt einen Typ für den Rabatt angeben, also zum Beispiel in Prozent, das wären dann hier in diesem Beispiel 10% Rabatt oder ich könnte das auch in Dollar gerechnet angeben. Das heißt, ich könnte sagen, okay, auf diesen Kauf mit diesem Code bekommst du nochmal 5 Dollar Rabatt. Wie lange diese Aktion laufen soll, kann ich rechts auf der Seite festlegen. Kann hier zum Beispiel sagen, das geht eine Woche, zwei Wochen oder einen Monat. Bin ich hier soweit fertig, muss ich hier rechts auf der Seite das einmal aktivieren und jetzt kann ich auch schon hier unter dem Reiter Share URL den Link zu diesem Produkt kopieren und wenn ich diesen jetzt hier einmal einfüge, dann seht ihr, sieht das Ganze für eure Zuschauer folgendermaßen aus. Die werden hier zu dieser Seite weitergeleitet und können sich entscheiden, hier dieses Produkt zu kaufen. Also ich könnte jetzt hier eine gewisse Größe auswählen als Kunde, ich könnte hier eine gewisse Farbe für mein T-Shirt auswählen oder wenn ich hier etwas weiter unten schaue, dann kann ich hier auch ein anderes Produkt auswählen. Also hier, wenn mir das T-Shirt nicht gefallen sollte, kann ich auch sagen, ich möchte gerne die Tasse haben in der Farbe Gelb und wenn ich jetzt hier auf Add Card draufklicke, dann kann ich jetzt auch schon hier diese Tasse bestellen und ihr bekommt dann natürlich auch eure Provision gutgeschrieben. Dass ihr euch eure Provision auch wirklich ausbezahlen könnt, müsst ihr natürlich auf der Seite Teespring noch eure Kontodaten angeben. Und keine Sorge, Teespring ist da natürlich voll vertrauenswürdig. Links auf der Seite seht ihr diese Kreditkarte. Wenn ich da draufklicke, dann kann ich jetzt hier die Auszahlungen verwalten. In diesem Fall habe ich jetzt aber noch keinen Gewinn aktuell und deswegen, klar, kann man natürlich auch nichts ausbezahlen. Bevor ich jetzt aber hier auszahlen kann, muss ich jetzt hier auf den Reiter Settings draufklicken, um jetzt hier noch mein Konto anzugeben. Also hier müsst ihr natürlich einmal eure kompletten Daten angeben. Sollte sich alles von selber erklären mit den persönlichen Daten und sonst, wenn ich hier ein bisschen weiter runterscrolle, kann ich jetzt hier meine Paypal-Adresse angeben, wo ich da natürlich auch ausbezahlt werden kann. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier unten mit Payoneer bezahlt zu werden. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich würde euch empfehlen, macht das einfach via Paypal. Und keine Sorge, falls ihr noch kein Paypal-Konto besitzen solltet, könnt ihr das natürlich jederzeit völlig kostenlos tun und ihr müsst auch wirklich keine Gebühren monatlich bezahlen, wenn ihr so ein Paypal-Konto erstellt. Es ist wirklich super easy. Schaut einfach mal im Internet, wie man das Ganze erstellt und innerhalb von 30 Minuten habt ihr dann auch schon euer eigenes Paypal-Konto. So, und wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie man als Streamer Geld verdienen kann, dann schau dir mal hier auf der Seite das nächste Video an. Danke und ciao, ciao.